Wie komme ich von meinem aktuellen Standort am schnellsten zu meinem Ziel? Die Antwort darauf gibt Ihnen der ÖAMTC Routenplaner. Online ist der ÖAMTC Routenplaner über den Browser am PC, am Smartphone sowie über die ÖAMTC App verfügbar. Für unsere neuen Routenplaner verwenden wir Echtzeitverkehrsinformationen oder generell Echtzeitdaten und berechnen so die beste Route für Pkw, Öffi, Fußgänger und Fahrradrouten. Aufgrund dieser Informationen wird die beste Route berechnet. Auch die Verknüpfung mit anderen ÖAMTC Services spielt eine zentrale Rolle. So kann die tägliche Arbeitsroute geplant, gespeichert und gleich mit dem ÖAMTC Pendler Service Traffic Alert überwacht werden, so dass man über die aktuelle Verkehrslage auf dem Weg in die Arbeit immer top informiert ist. Der ÖAMTC Routenplaner wurde in den vergangenen Monaten überarbeitet und bietet neben den bekannten Funktionen auch zahlreiche neue hilfreiche Features. Es gibt unterschiedliche Filtereinstellungen für jeden Transportmodus. Also ich kann zum Beispiel für Pkw-Routen Autobahnen vermeiden, Vignetten vermeiden. Ebenso kann ich die Routenberechnung selber personalisieren, also für Leute, die eher Öffis nutzen, können sich die Öffi-Route an erster Stelle stellen. Ich kann natürlich auch Favoriten mir abspeichern, das sind so interessante Punkte, Adressen und auch meine Routen kann ich mir abspeichern. Ein weiteres nützliches neues Feature ist auch die Anzeige von Auslastungsdaten bei Parkhäusern sowie Haltestellen in der Nähe. Ebenso kann man jederzeit einen Blick auf die Straße werfen, indem man eine der zahlreichen Verkehrskameras auswählt und sich selbst von der Verkehrslage ein Bild macht. Der Routenplaner ist aber nicht nur für die Wege im Alltag nützlich, sondern auch für die geplante Reise mit dem Auto oder dem Wohnmobil. Zusätzlich zu den ganzen Verkehrsmitteln, die man für die Alltagsplanung verwenden kann, bieten wir auch ein Pkw-, Wohnmobil- und Gespannrouting an und das sogar für ganz Europa und Nordamerika. So haben wir detaillierte Informationen zu allen Umweltzonen, Dieselfahrverboten und sonstigen Fahrverbotszonen in Europa, exakte Maut- und Vignettenkosten und detaillierte Infos zu Verkehrsbestimmungen. Und dadurch, dass der Routenplaner auch mobil am Handy oder Tablet nutzbar ist, kann die Urlaubsroute mit allen Zwischenstops nicht nur gedruckt, sondern auch einfach gespeichert und digital in den Urlaub mitgenommen werden. So können Sie mit dem ÖAMTC Routenplaner Ihre Reise künftig punktgenau vorplanen. Man kann sich im Vorfeld der Reise über die genaue Fahrzeit informieren, sich die Strecke ansehen und herausfinden, ob man denn noch eine Vignette am Stützpunkt besorgen soll und dann ganz entspannt in den Urlaub starten. Und neben den vielen schon genannten wichtigen Informationen, helfen wir auch bei der Reiseplanung, indem wir die schönsten Seiten des Urlaubs betonen. Und zum Beispiel Sehenswürdigkeiten oder Camping- und Wohnmobilstellplätze entlang der Route anzeigen. Der neue ÖAMTC Routenplaner ist unter oeamtc.at Routenplaner am Desktop und Mobil sowie auch in der neuen ÖAMTC App im Tab Karte verfügbar.